Ja hallo oder Grüezi oder Ciao Zema, ich bin der Marcel oder der Mio, werden sie so genannt. Jetzt mehr als ein halbes Jahr hier und erfreuen die Hamburger mit der Schweizer Küche. Grundröst die Masse, die halb gekochten Kartoffeln, geraffelt, die werde ich jetzt ein wenig salzen. Pfeffer kommt auch noch dazu und immer Muskat ist natürlich wichtig, dass wir... mit gutem Geschmack. Gehen wir ein wenig Butter dazu, werden das gleich mal durchrühren. Und jetzt habe ich hier schon eine Pfanne vorbereitet, schön heiß. Mittlerer Hitze werden die dann gebraten, die Kartoffeln von beiden Seiten, ist es goldbraun wert. Das dauert jede Seite circa vier Minuten auf mittlerer Hitze. Soße ist eine Rahmsoße, zuerst die Zwiebeln, kurz anbraten, glänzen, dann gebe ich die Champignons dazu, ganz wenig Salz. Das Wichtige beim Zürcher ist eine schöne Reduktion mit Weisswein, das gibt den schönen säuerlichen Geschmack. Noch Fond dazu. Pfeffer-Mischung. So, jetzt gibt es eine schöne Reduktion, da kann man dann langsam die Sahne dazugeben. Ganz wichtig, noch ganz wenig Knoblauch. Wenn die Soße soweit bereit ist, dann das Fleisch anbraten und nur kurz. Das darf man nur kurz anbraten, damit es schön zart bleibt. Also, die Zürcher des Schnessels besteht aus Kalbsfleisch. Wir nehmen immer die Oberschale, schön zart, schön fein schneiden. Salz ran. Das wird dann ganz am Schluss gebraten und zur fertigen Soße beigegeben. Jetzt kommt das da rein, Petersilie. So schön zahnig sieht das aus. Noch die original Zürcher geschnetzelte Variante ist mit Kalbsnieren dazu. Wer das mag, wunderbar. Jetzt noch ein Rösti dazu. Und da haben wir Zürcher geschnetzeltes, so wie es in der Schweiz gegessen wird. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de